Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum lange angekündigten Dragon Ball Xenoverse Gameplay Review. Ne, zu lang angekündigten Dragon Ball. Genau, so ist halt richtig. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Wir fangen auch nicht wie im vorigen Video, wenn ich das noch retten kann. Euch schon erklärt habe, fangen wir nicht am Anfang an, da mein Spielstand vom Anfang an kaputt ist. Also, der ist weg. Also, ne, den gibt's noch, den Spielstand, aber das Video ist weg. So, Mensch, ich bin nicht ganz durcheinander. Und ich hab mir gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, ja, normal Multiplayer auf. Der Blue hat sich zur Verfügung gestellt, da mit uns da so ein bisschen zu spielen. Der hat es schon weiter als ich. Der hat auch mehr Zeit als ich. Und, ja, ist er so. Und, oh, jetzt steht da. Und ich hab halt ne Weile machen müssen, bis ich... Einzelspieler Lobby. Okay. Das hat er mir ja vorhin auch schon angezeigt. Ja, und ihr müsst hier bei Dragon Ball bis zu dem Kampf spielen, wo ihr, äh, am Ende Vegeta platt macht. Erst, also, erst Vegeta und Nappa, dann nochmal Vegeta und Nappa, dann... Also, es ist eh ein langer Kampf. Äh, zweimal Vegeta und Nappa, dann Vegeta, dann Vegeta als Wehraffe, dann nochmal Vegeta als Stinksauer-Version. Und dann ist das vorbei. Und dann könnt ihr auch erst, äh, den Online-Modus benutzen. Der geht vorher nicht. So, jetzt gucken wir mal. Kurz gesagt... Bist du Saiyajin-Saga. Also, bist praktisch den Anfang von Dragon Ball. Nach der Saiyajin-Saga, ja. Nee, das ist, das ist nicht der, ist nicht nach der Saiyajin-Saga, das ist der Anfang der Saiyajin-Saga. Du bist kein Dragon Ball-Fan, du willst das nicht, aber ich will statt. So, und jetzt kann ich dich, äh, nee, zum Team, Team-Registrierung, äh, nee, ich muss, ich muss dich, Nee, nicht Team-Registrierung machen, ich muss dich so einladen, wa? Äh, ja, im Moment aber irgendwie, pff, bin bei mir, äh, ein Plechteschen. Der sagt, ich war kein Playstation-Plus-Mitglied mehr, obwohl ich eins bin, also... Ja, dann musst du mal gucken, du bist ja beim, beim ÖSI-Account, äh, Playstation-Plus, dann musst du dit nochmal sagen, als Hauptkonsole, oder versuch mal, den, geh mal erst in den Deutschen, wo du jetzt bist, auf, äh, Playstation-Network-Einstellung und, äh, nee, oder, ja doch, Playstation-Network und sagt, als primäre Playstation 4 registrieren, oder als primäre PS4. So, ich kann euch an der Zeit, wo Blue schon mal, äh, äh, wartet, oder macht, kann ich euch hier schon mal zeigen, hier, guck mal, das ist ein Namekianer, aber, äh, mit einem Iro, so wie ich in meinem Video gemacht hab, aber der ist halt hier blau-rosa. Man hat hier schon viele Möglichkeiten, nicht so viel wie jetzt in einem Online-Rollenspiel. Will die gar nicht abstreiten, oh, hier hat jemand, oh, die hat aber hier schon einen Dingsanzug. Aha, okay, 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 was haben wir denn hier für ihn? Ja, äh, in Fetz, man hat halt nicht so viele Möglichkeiten wie, ähm, im Online-Rollenspiel. Soll irgendwie ja nicht Sinn und Zweck davon sein, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Ah, Freezer Gang. Äh, aber es macht halt megamäßig Spaß, vor allen Dingen, weil man denn jetzt, äh, online spielen kann, beziehungsweise... Warte, wie geht da von mir? Hm, achso. Ja, den kann ich, ja, ich kann den als... Nee. Hm. Ja, ich kann den jetzt als, äh... Ja, ich kann da halt jetzt Schüler werden, sozusagen, will ich nicht. Ich bin momentan noch bei Kralin Schüler, den will ich erstmal abarbeiten und dann kann ich mir den nächsten, dem wir weg erstmal Piccolo nehmen, bevor ich die Gegner mache. Und geht wieder? Ja, ich hab einfach einmal auf meinen UDI-Account gewechselt, dann nochmal auf meinen Deutschen. Irgendwie hat da was rumgespunnen. Ja. Aber ich melde mich gerade bei der Mehrspieler-Lobby ein. Na, dann müsstest du ja hier rein, theoretisch gleich irgendwo auftauchen, wa? Wenn ich im selben Server lande. Ah, dann können wir gleich mal testen, wie das ist. Ob Freunde unter Freunden... Ob das Spiel erkennt, Mensch, hier ein Kumpel von dir ist auf dem Server? Den schmeißen wir mal dazu. Musst du mir sagen, wo du rumkrauchst gerade denn? Wo du rumpumpelst? Also, ich bin jetzt in der Mitte. Also, sprich, wo die, ja... ...ne Tafel ist. Ja, diese Input... Genau, da bin ich auch, da lofe ich gerade rum. Du bist aber nicht hier, also bist du woanders. So, aber hier müsste doch eigentlich sein, dass man Freunden suchen kann, oder? Lobbyman anpassen, darf man anpassen. Moment, ich schau mal. Machen wir es ganz einfach. Ich gehe einfach mal auf dein Profil. Ist vielleicht die Möglichkeit, dass ich beitreten kann. Ja, guck mal nach. Ja, man kann halt hier... Schön... Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Also, muss ich dich einladen, gehe ich einfach mal auf den Online-Kampf. Greetings. E-Wig und drei Jahre sind wir jetzt hier. Verbindet... Ach, nee, so. Mitspielersuche, Endnusskampf... Mitspielersuche, schnelles Spiel, suchen... Raumanstellung... Ah, das ist ja Wiss. Nee, Wiss will ich nicht. Bin auf Online-Kampfjahrne. Ich will aber Online-Patrouille. Readings. Readings. Dauert wieder. Verwindet, verwindet. Ein Fehler ist aufgetreten. Readings. Klasse. Wie wollte, soll es auch anders sein in der Aufnahme. Na, klappt das? Ja. Ich kann aber nur bis drei Sterne machen. Nee, bis zwei Sterne. Auch bei dem Parallel-Quest. Ja, lad mich einfach ein. Nehmen wir einfach mal Key. Nehmen wir mal Ditte. Zwei Spiele, private Slots. Etwas gleich. Alle. Ja. Raum wird erstellt und dann müsste ich dich, ich habe auch private Slots gesagt, jetzt müsste ich dich eigentlich einladen können, es sei denn, ich habe gerade was verpasst. Ich bin der Horst. Ja, der Horst. Kann dich jetzt auch einladen. Richtig. Boah, da haben wir doch den Blue Hunter, Multi-Genre Gaming. Und den laden wir jetzt einfach mal ein, den Vogel. Der hat nichts anderes zu tun, als jetzt abends um 1.16 Uhr vor seiner scheiß Konsole zu hängen. Ja. Anstatt da schlafen ist. Ja, wieso hängst du dann noch in der Konsole? Hm. Das ist, weil Andret. Ich bin öfter. Ja, 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 ja. Hahahaha. Wollt mich jetzt meine Equip Opelt nachführen, ey. Tudum, da ist er schon. Richtig. So, ich mache mal Städtchen. Achso, nee. Oh, geh raus. Bereit. Da hat man ja eh Figuren-Auswahl alles noch. Ja, was ich gut finde, du kannst auch verschiedene Charaktere, also von deinem eigenen Charakter kannst du verschiedene Kostüme erstellen und die sind dann da drinnen oder Charaktere, kommt vielleicht später auch noch, keine Ahnung. Weil, da habe ich schon gesehen, dass du da mehrere Slots hast. Ja, ja, ja. Ach, wie geht der Werfer? Ja, muss ja nicht schnell gehen. Na, der hat nur zwei Sterne, nicht so. Ich komme aber immer mit diesem Fliegen und hoch und runter, komme ich. Bei jedem Dragon Ball-Spiele durcheinander. Genau. Mir werden keine Gegner angezeigt. Ach, da. Ah, ich komme ja. Ach, ich komme ja. Das ist ja doof. So, jetzt passt das schon. Was macht denn einer gerade nicht? Ich will gerade... Achso, meine Energie ist runtergegangen, aber wir haben ja gerade um den T1-Grupp mal gegangen. Wieso kommt jetzt hier wieder nicht runter? Wir haben so Stop L oder R3 gedrückt halten. Ja, stimmt. Ich komme jedes Mal durch eine Scheißsteuerung, ey. Wo ist denn hier? Oh, was gaut da an? Da ist er. Ödisch? Wer ist denn Ödisch? Ach, Ödnisch. Ach, ich bin bescheuert, ey. Wollte ich schon sagen hier. Ach, da räume ich hier mal ein bisschen auf. Ja, bei mir will er gerade die Ödnisch nicht aktivieren hier. Muss schon anvisieren und dann... Kreis. Ach so, war ja R1. Genau. Ich bin auch immer noch in der Steuerung von Alten drin wollen, was davor war, da war sie so etwas anders in Steuerung. Ja. 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 Oh, falsche Tasten. Oh, falsche Tasten. Ach. Oh, was ist denn hier? Hä? Aufheben. Kann was ihr gefunden. Und hier musst du gucken, hier findest du auch die Dragon Balls hier. Wenn du hier so diese Mission machst, findest du irgendwo die Dragon Balls, wurde mir gesagt. Äh, nicht irgendwo. Du musst eine Zeltpatrouille, musst du finden. Die haben sie meistens. Ja, aber hier findest du die wohl angeblich auch. Und dann kannst du dir Shenlong rufen und kannst dir irgendwas wünschen. Ja, hab ich schon. Hast du schon? Ja. Stattelieber. Wie machst denn das denn mit dem Energiedings? Ja, super Zeltchen. Stufe 2. Ach so. Aber da ist jetzt Super Vegeta 2. Ja, ich hab ja noch nicht Super Saiyan. Ich will es ja noch haben. Ah. Mit dem. Ja. Wo will ich jetzt hin? Ja, ich will gerade mal. Ach so. Wir haben ja die Zeit, die läuft ab. Ja. Mal gucken, wo wir hin sollen. Ja. Das da ist. Da ist was. Berge. Ne, da waren wir schon. Ja, ich weiß. Aber hier unten ist was. Materialobjekt. Jo. So. Mal gucken, wo wir hin sollen. Da ist noch Materialobjekt. Wahrscheinlich sind wir zurück zu Berge. Ja, dann machen wir mal zurück zum Bergen. Ja. Ja. Ich hab schon wieder den Chat aktiviert. Ja. 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 Da sollen wir hin. Genau da, wo du jetzt hin bist. Kapsellad... äh... Landepalast. Jo. So. Oh, ich hab hier noch ein Objekt gefunden. Nehm ich noch mit. Ach, komm mal her. Ja. Ja. Das war bei den... War früher bei den Dragon Ball Spielen ein bisschen anders. Wie kann ich da nicht steuern. Ich hab aber es erst mal eine Nachricht von Blue Hunter, dass er ein TS ist. Ja. Ja, ist ja auch von... Drang was er Drang Ball angesteuert. Ja, was wir schon von der Stufe 2 Sterne erwarten Ah, hier, hier liegt ja Ach, der ist schon K.O. gehauen, ok Ja, wir müssen noch mal zurück Da ist er, wie geht er? Ja, jetzt wäre das ein Wehraffen Oh, wir haben noch 7 Minuten Oh, schaffen wir schon Ha, 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 ha Wie ist das? Jetzt ist das Ende Ich hab ewig versucht hier den zu besiegen Den scheiß Wehraffen Hat ewig nicht geklappt Bis mir dann eingefallen ist, ich müsste ja denn schon mal Ich müsste schon mal Dings machen Meine, äh, Skillpunkte verteilen Was ist das? 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 Und K.O. Es geht noch weiter. Noch weiter? Alter, schlüsse. Da lang. Ah, wer kommt denn jetzt? Okay. Wo sind wir denn hier? Oh, eine Höhle. Sieht aber auch geil aus. Ja. Ich bin K.O. Ja. Ah, du kannst mich so ja wiederbeleben. Ja. Cool, ich zeige so einen halben rosanen Balken. Da fehlt jetzt ein ganz klinisch fitzelig hier nur noch. Und wie lange bleibe ich jetzt hier liegen? Kann ich irgendwann komplett sterben? Oder? Nee, 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 nee. Boah, nervt doch. Nicht rum, du. Vollhorst. Und wie heilt sie mich? Muss du ja irgendeine Taste drücken? Nee, anvisieren. In dem Kreis. Du, stehen bleiben. Okay. Boah, ultimativer Finisher. Coole Sache. B. Bälleausstieg. Oh, ich habe Zeit drangen. Warte auf andere Spieler. Oh, ich habe eine Frage. dass bei dir bin ich glaube nicht war sie tun ich so nach haus ja dann lad du mich mal ein problem macht welche mal so richtig fette mission richtig schön punkte kriege da ist doch kein problem raumerstellung mal sehen wie das aussieht wenn ich jetzt hier in der lobby bin wie das passiert dass du mich dann einlädst das muss klappen so einladen denn fisch das ist kann ich nicht an Beitreten Hättet ihr jetzt ein bisschen cooler gefunden Wenn Du innerhalb des Spiels So eine Nachricht kriegst Hier pass auf Drück jetzt Playstation Taste Und du kannst dazu Oder geh halt zu Port so und so Dass man im Spiel Dass man nicht so aus dem Spiel rausgeschmissen wird Und im Playstation Menü landet Sondern Na ja Ja dann drück mal bereit Habe ich jetzt überhaupt Ja Line in 2 habe ich genau Ich habe mein Mikrofon zu Line in 2 Und Line in 1 zu Line in 2 Hm Ja wie gesagt du wolltest Eine Herausforderung haben Wie hast du jetzt denn Das ist jetzt eine von der Stufe 7 Sterne Ach du alte Scheiße Was 1 bis 6 habe ich schon fertig Alter Scheiße Du wolltest ja eine Herausforderung haben Alter Scheiße Leck mich doch am Arsch 7 Sterne Ja Ja So erstmal da rein Einmal in Ödnis Ein Ödnis Wo hast denn du Ödnis Geradeaus durch Das ist aber nicht Ödnis Das ist bei mir hier Cell Arena Dann musst du ein bisschen rumfliegen Bis du Ödnis hast Okay Ach da hinten Hinten Ödnis habe ich Hat doch keine Chance Boah Fieser ja ist klar Ja Ja Dive Fieser Dive Fieser Dive Fieser Dive Fieser Dive Fieser Dive Fieser Ja, genau. Bist du da? Ja ja Jetzt schau es nicht zurück Ich versuche sie ja gerade hier zu 18 Ich weiß doch, sie halten ein bisschen mehr aus Die weißt doch mal aus, die dumme Schlampe Ja trotzdem, sie halten auch hier ein bisschen mehr aus Alter Alter, ich mache hier einen Angriff, der zieht hier einen Millimeter ab Das habe ich auch gesagt, du weißt, was groß ist eigentlich Ich bin ja tot, Alter, ich bin ja tot Du bist schon tot Nee, ich bin noch nicht tot Ich mach halt ein bisschen Energie Ich mach mich mal vom Acker, oder? Ja klar, jetzt kommt die Schlampe mir hinterher, ey So eine dumme Dreckung Ach Nummer 1? Oh ja, sieh gerade Ah, die Grafik sieht schon geil aus Nummer 2? Wie, äh Wie geht der hier noch? Komm schon! Das ist pathetisch! Jetzt fehlt nur noch Cyborg Nummer 18, also C18 Ja Ist ja das kleinste Problem Ich finde es schade, dass du hier nicht so viel zerstören kannst, wie in den alten Dragon Ball teilen Ja, guck mal, die Attacke, die geht gegen den komischen Stein und der steht immer noch Also beim alten Dragon Ball, also bei den alten auf PS2 damals, da wäre kaputt gegangen und wäre kaputt geblieben Also das fand ich da schon immer echt geil Und wenn du eine Mega-Attacke gemacht hast, dann hast du auch nur noch Krater gehabt, dann war die ganze Erde fast zerstört und so Ach, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's, ja